Phoenix Spin-Off Bitmoving GmbH Adaptive Video Streaming over HTTP Was uns als User die Freude am Video Streaming verdirbt? Buffering Der HTML5 Adaptive Streaming Player ist der weltweit intelligenteste, adaptive Video Player. Startet schneller, läuft ohne Buffering und erfordert keine Plug-Ins. Also das funktioniert so, es wird ein Video in die Cloud hochgeladen, das wird in mehreren Versionen kodiert, unterschiedliche Auflösung oder unterschiedliche Qualität, in kleine Segmente unterteilt und dann vom Player, je nachdem wie die Bandbreite verfügbar ist, angefragt. Das heißt, wenn die Bandbreite hoch ist, dann bekommt man hohe Qualität, wenn die Bandbreite niedrig ist, bekommt man schlechtere Qualität, aber das wird unterbrechungsfrei, ohne Buffering, dem Player zur Verfügung gestellt und damit hat man auch eine sehr hohe User-Qualität. Der ORF verwendet das beispielsweise, dort kann man das erkennen, wenn man in der TV-Tek auf den Restart-Button klickt, dann ist unsere Technologie, die dort verwendet wird. Eine weitere Anwendung ist beim Video-on-Demand-Portal Flimit oder auch in einem Live-Szenario bei Konehit TV, wo 24 Stunden, sieben Tage die Woche Videoclips übers Internet gestreamt werden. Bitmovin war 2015 das erste österreichische Unternehmen bei Y-Combinator und hat neben Klagenfurt seinen zweiten Standort in Palo Alto, Silicon Valley. Zur Weiterentwicklung der Video-Infrastruktur konnte Bitmovin in der bereits dritten Investorenrunde jetzt über 10 Millionen Euro einsammeln. Aktuell sind wir rund 25 Personen, die sowohl in Klagenfurt als auch in Silicon Valley an diesen Themen arbeiten, aber wir wollen dies im nächsten Jahr weiter verdoppeln, denn dann können wir uns auch komplexeren Themen zuwenden, wie der optimierten Übertragung von Virtual Reality-Inhalten. whenommt und Wohnen die Leute des Mhmopic Brendes die Leute des Neues vor Hey� F lah! trip die